Göttingen. Göttingen ist eine Universitätsstadt in Südniedersachsen. Mit einem Anteil von rund 20% Studierender an der Bevölkerung ist das städtische Leben stark vom Bildungs- und Forschungsbetrieb der Georg-August-Universität, der ältesten und größten Universität Niedersachsens und zweier weiterer Hochschulen geprägt. Das erstmals 1953 als Göttingi urkündlich erwähnte Dorf am Fluss Leine entstand im Umfeld der heutigen St. Albanikirche. Der später gegründete Marktflecken Göttingen erlangte um 1230 die Stadtrechte, während das ursprüngliche Dorf Göttingi für lange Zeit außen vor blieb und ein Schattendasein fristete. Göttingen wurde 1964 zur Großstadt und ist heute eines der neuen Oberzentren von Niedersachsen. Untertitelung des ZDF, 2020